Die getarnte Überwachungskamera in Form eines Buches bzw. eines kleinen Ringblocks wird zeugt mit einer tollen Tarnung und mit einer starken Nachtsicht. Stellt man die Kamera in einen Schrank, kann man sie nicht von einem Ringblock, Ordner oder einem Buch unterscheiden. Im Inneren sehen wir die Bedienungselemente, den Slot für die MicroSD-Karte. Es gibt einen Schalter, der das Gerät einschaltet auf dauerhafte Aufnahme oder auf bewegungsaktivierte Aufnahme. Zudem gibt es einen Schalter, der die Audioaufnahme zum Video aktiviert oder deaktiviert. Sie sehen jetzt das Originalbild der Kamera bei Tageslicht. Man kann in mehreren Metern Entfernung den Schriftzug Alonma sehr gut erkennen. Jetzt sehen Sie das Bild mit den integrierten Nachtsicht-LEDs, natürlich nicht glimmend, 940 Nanometer. Und jetzt sehen Sie das Bild bei Nacht mit einem kleinen zusätzlichen Scheinwerfer, den Sie auch bei uns im Shop erwerben können. Bestellen Sie das Produkt unter www.alarm.de Und jetzt sehen Sie das Bild mit dem Schriftzug Alonma sehr gut erkennen.